Fällt es Ihrem Kind schwer zu sehen, was vorne auf der Tafel steht? Die Anzahl kurzsichtiger Kinder ist explosionsartig angestiegen. Nicht zuletzt, weil zu viel Zeit vor Bildschirmen und zu wenig Zeit im Freien verbracht wird, wo die Augen herausgefordert werden. Wer kurzsichtig ist, ist abhängig von Brille oder Kontaktlinsen. Außerdem erhöht Kurzsichtigkeit das Risiko für grünen und grauen Starr, eine Netzhautablösung und Netzhautveränderungen. Mit DreamLens kann die Entwicklung von Kurzsichtigkeit tatsächlich aufgehalten werden, sodass Ihr Kind sein Leben unbeschwert genießen kann. DreamLens werden nur nachts getragen. Dabei modellieren DreamLens sanft die Hornhaut des Auges und korrigieren so die Kurzsichtigkeit. Sobald Ihr Kind aufwacht, werden die Kontaktlinsen abgesetzt. Das Ergebnis ist eine scharfe und klare Sicht. Den ganzen Tag. DreamLens korrigieren Kurzsichtigkeit sicher und effektiv. Sie werden bereits für Kinder ab 8 Jahren empfohlen. Mit DreamLens schlafen. Tagsüber sternenklare Sicht. Lassen Sie sich von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten beraten. Mehr erfahren Sie unter dreamlens.de Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.